Was hoffst du siehst sehr kaputt aus? Ich weiß, ich habe das alles dran geklebt. Und ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Okay. Also, drei Kinder kommen. Mhm. Und eins am Mai. Und die große von mir. Kommt nicht. Sie hat eine... Ja. Dein Kind. Ah, sie ist einfach... Sie vertraut sich nie mit anderen an. Naja, wir können ja jetzt... Oh, ich habe ja die großen vergessen. Ich bin im Kopf. Wasserhof, du machst dir echt viel zu viel Arbeit. Nein, ich glaube nicht. Oh Gott, du bist verrückt. Freundin. Okay. Deck ab. So. Okay. So, an der große. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst mit deiner Magie. Ich dachte, du kannst dich nur in Wasser verwandeln, weil du es sonst immer nur machst. Na ja, egal. Ich verteile jetzt mal alles mit meiner Magie. Ich habe jetzt mal mit dem Wasser verwandeln. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Okay, die Marshmallows mache ich mit meiner Magie in diese kleine Schachtel rein. So. Soll ich das auch alles ausschalten? Äh, ja, könntest du machen. Und wo ist jetzt der Deckel hin? Äh, naja, egal. Oh. Jetzt müssen wir es vermischen. Gut, ich will was schöner machen. Das passt jetzt schon. Ja. Das könnte reichen für den Platz. Oh, hier sind ja noch ein paar drin. Heißt das alte? Oder wie geht das? Ah, das ist ja wieder cool. Okay. Wir werden noch gute Freunde. Ja, sind wir jetzt eigentlich schon. Blöde Party. Hm, ich flieb schon so aus. Ich kann nicht mehr. Hast du Geburtstag? Ja, und ihr zwei seid herzlich für meinen Geburtstag eingeladen. Äh, geht's dir gut? Äh, ja, ich bin genockert. Ich bin gefallen. Juhu, ein Geburtstag. Ich liebe Geburtstage. Auch wenn es von wem anders ist. Äh, deine Schwester? Die hatte mal Freunde, aber die ist, äh, ganz Gute. Das waren die besten Freunde. Und die hat nicht mal zu sagen können, weil meine Mama nicht viel Geld hat. Und dann musst du dir gleich weg. Ja. Wir wurden aus der Wohnung rausgesmissen. Und jetzt ist Schwester ganz traurig. Ich hab noch was reingekommen. Äh. Ja. Eine Party-Schnur. Gut. Ich verteile sie. Gut, sieht schön aus. Was, wie hat sie denn das so schnell reingekriegt? Ja. Ja. Sie ist einfach. Ach. Was, du? Das ist eine Zauberin. Sie ist und bleibt eine Zauberin. Ja. Sie kann sogar wirkliche Zaubertricks. Aber die macht sie ganz selten. Nur bei Riesenpartys. Wenn ich zum Beispiel Geburtstag hab. Weil ich, ich werde dieses Jahr 1500 Jahre alt. Echt? Ja. Und meine Tochter wird... Ich herst 990. Ja, ich bin ziemlich alt. Wie alt sind denn deine Kinder? Die Große ist 50. Und die Kleine ist 20 Jahre alt. Krass. Deine Kinder? Meine Tochter wird am 24 Uhr, glaube ich... Äh, 40. Und Wasserhof ihre Tochter Candy, die wird 39 jetzt dann. Wow. Ja. Und mein Mann hat sich geopfert auf der Straße. Er hat mich gerettet. Es kamen... Tut mir leid. Passt schon. Es kamen halt böse Menschen und die wollten mich umbringen. Und mein Mann hat sich... Ist reingesprungen und hat sich für mich geopfert. Seien, das würde... Als würde er gut sein. Ja, er war auch sehr nett. Bei uns war es anders. Und meine große Tochter... Er ist gleich... Meine große Tochter, die ist... Wird dieses Jahr 500. Aber sie ist leider von den Menschen eingefangen worden. Bei uns war es anders. Am Herzensgeburt wurde er rumgebracht. Oh, tut mir auch leid. Jetzchen hat ja den Niki ganz. Ja. Und... Nimm mich da da. Ja. Ich hab das da dran gebracht. Ah ja, gut. Mehr. Kann ich noch mehr machen? Ja, mach mehr. Mach so viel, wie du willst, Baby. Und das kannst du überhören. Vielleicht kommt unsere Tochter eines Tages, die große, wieder zurück. Sie hieß... Äh... Oder heißt noch... Regenbogenstrahl. Was? Sie lebt? Ja. Ich bin ihr begegnet. Echt? Wo war sie? Sie... Ich weiß, wo sie ist. Am großen Glasberg. Hat sie noch ein Horn? Leider nicht. Naja, egal. Ich hol sie. Danke. Bitte. Okay, das muss ich meiner Tochter berichten. Regenbogenstrahl. Das ist nicht mehr. Was? Was los? Deine Mama. Was? Wie? Was? Wo? Komm einfach mit. Okay. Ui. Du hast zwar den Horn nicht mehr, aber du hißt immer noch deine mächtigen Kristalle. Ich weiß, Mom. Deine Schwester wird sich sehr freuen. Habe ich eine Schwester? Ja, klar. Weißt du überhaupt was von mir? Äh, ja. Echt und ich weiß nichts von ihr. Das ist aber seltsam. Naja, egal. Mama! Was? Nirgendwo. Ich muss dir was sagen. Du fährst ja verdächtig aus. Ich muss dir was sagen. Ich gehe kurz aus dem großen Saal. Nein, du bleibst jetzt da. Ach, stimmt. Es ist... Aua. Äh, au. Ringbogenschein. Komm, verriebt. Äh, ja. Das war... Was? Aua. Ja, äh, ja. Das ist eh 24 Uhr. Au. Äh, ja. Schwester, könntest du bitte von mir runtergehen? Okay. Nein, noch nicht. Noch nicht. Oh, da. Ja. Na, tschu. Komm einfach mal mit. Ich muss dir was zeigen. Danke. Äh. Klar. Äh, komm mal mit. Okay. Äh, also. Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich bin zwar ohne Horn, aber ich habe trotzdem immer noch Magie in mir. Echt? Klar. Wenn ein Einhorn das Horn verliert, dann ist es so, dass die Einhörner trotzdem... Konfetti? Nein. Okay. Ein magisches... Ein magisches... Mond kriegen. Am Po. Und... Am Po? Hihi. Das ist zwar nicht so witzig, aber... Und da sind magische Edelsteine drin. Und... Ja. Genau. Vielen Dank.